Mein Name ist DanielP und mein Name ist Metal Mario Master. Ich bin schon wieder da! Ja, wir spielen weiter sowas Smash Bros. Ultimate. Ja! Nach der grandiosen Vorlage des letzten Parts... Ich möchte nicht darüber reden! Meinte der M-Master, wir sollen mal ein bisschen Squat Smash spielen. Ja, weil ich denke mal dafür gibt es sogar einen Meilenstein. Ja. Du brauchst ein neues Regelset dafür. Okay. Ich hatte eigentlich gesagt, mach du mal. Okay, ich soll mal machen. Ja, du soll mal einstrengen. Okay, wir machen mit einwechseln. Die Ultra-Leiste bleibt aus. Machen wir Computer Level 9. Ja, natürlich. Machen wir Computer Level 9. Ja, natürlich. Machen wir einen drin. Ja, machen wir Versuche. Einfach. Alles klar. Machen wir es einwechseln. Wird noch. Will mal eine Stage aus. Ja, lass mich mal sonst. Bist du wieder erster, ne? Ja. Äh... Ich bin ja dafür, wir machen die... Warte mal. Äh... Okay. Aus wie vielen Leuten sollen wir denn das Squat Smash machen? Ja. Ja, also wir wählen, wir wählen uns fünf Charaktere aus. Aus und dann kämpfen wir immer nacheinander mit denen. Machen wir es. Ja, klar. Oder wir können auch Computer mit rein schicken. Mh... 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 Und... Mh... 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 du musst anrufen team blau gegen team rot du kommst nicht so weit du glaubst aber auch nur du au nein nein so schnell geht es ich bin nur so klein und niedlich ein bisschen glück ja ich danke ich bin wieder groß ich glaube nicht dass du mich triffst ich habe immer noch mega man ich würde mit gehen aber ich echt du kannst jetzt noch zwei zwei leute isaac okay das reicht uns nicht nein nein welche von mir vampirjäger ich bin kein vampir du bist ein vampir nein ich bin roboter kann kein vampir sein wissen waren vier also wenn ich jetzt schauen aber noch zwei von dir raus sound auf der axt zu werfen nein ich hatte es so gegen die ganze kämpfen die boxe aber auch viel glück irgendwie mit dem item zeigt ja das ist echt glück mit weiter ist noch eins aber diesmal mit fünf charakteren also ja genau ich werde jetzt eine stage aus und ich hätte gerne piktochitz zwei drücke bitte drauf und jetzt drücke ich hier drauf den kauf pennsylvania linders wisse weniger nehme ich noch den inklingen und nämlich noch bei fuhr power natürlich in lila wird man ernst machen weil meine mainz auswählen natürlich war frei da muss auch noch am ende sagen i fight for my friends ja hat es auch für deine freunde ok ist sie bereit ja dann ich bin bereits habe ich nachgedacht ok das netz der glück mir wiederholt diesen meister das glück nicht holt war also das war die nasen das sind noch keine penisse kann ich auch mal wieder das gibt es nicht das gibt es wohl bei ratio fahren nein kochkammer schmacki hör auf damit ich hätte es gerne in hamburg auch so gleich so gleich so wie der mond denkst du einfach an dieses eine video nicht die fliegen doch die fliegen die fliegen fliegen auf mich zu 2009 10 das können wir gleich mal machen das machen wir gleich wir wegen gleich unsere weifu die fliegen hab ich auch hey wir gehen nach oben, hast du gesehen? meine geht weiter nein 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 nicht knuckles lollipop 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 aber geh weg knuckles ah ah er war noch da hey jetzt weg mein ding kaputt gemacht hat mir keinen getroffen obwohl ich schon zwei dreimal ist das da oben da 3 gegen 3 noch knapp oder oder die stadt hat da kann sich mal der blume treffen wenn ich habe die blume warum hast du die blume ich möchte ich möchte bitten auf die andere seite doch du bist doch schwer ja so ich nicht doch auf dich ja vor jahr vorzune die luft oh ne nein muahaha stirb du drecksvogel oh nein es ist long es ist linke aus pennsylvania damit hat man nicht so funktioniert wie das wollte es oh hat Nein, nein. Nein, nicht die Bies. Nein, nicht die Bies. Oh nein. Oh nein. Ja, schön. Oh, wie mehr hast du jetzt in Minuten? Machen wir noch eins? Entschuldigung, er wird vielleicht in Minuten. Ich darf wieder auswählen, weil ich habe verloren. Und ich möchte gerne, weil es so schön ist, hier kämpfen. War, you were. Wieder 5 gegen 5. Jeder Squat Smash. Junger Link. Inkling. Megaman. Ich muss sogar mein Name auswählen. Lucario. Inklesarmus. Richtest du etwa über mich? Oh ja. Oh. Ja, bist du bereit? Ja. Dann drücke ich die Stadt. … Richter. Gegen Lucario. Aber heute noch waifu was machen? Das können wir im nächsten Pakt machen. Im nächsten Pakt gibt's waifu was. welche von mir nein mein satz von mir weichen nein und dämon ich bin kein dämon john of a joe star oder bist du vielleicht etwa doch johnny joe star vielleicht ein bisschen fantasie würde es auch ein pferd reiten mein was mir weiter liegen geflogen ist klo kunst all right darauf über mich zu richten nein 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 keine ahnung irgendwas für das exzellent doch ich mal bist du genau das was ich gebraucht gebraucht habe genau das was ich gebraucht habe stillhalten fußball das feuer kann sich gegen eine mutter aber da kommen wir mit dem fußball bei fuhr los geht's wenn das schlechtste leute im feiern wenn ich kann es mir nichts der hotdog ist gesprungen ich habe das woran erledigt dann so sagen du bist ein engling hallo in klinge bist du in die mädchen ja und platzen lassen exzellent so eigentlich immer nur vergrößer ich mache den eignen und du willst nicht dass der eignen ist dafür dass ich habe nur gewartet bis du damit aufhörst nimm das stärkste feiern im lord überhaupt jetzt schlaue ich mir den kleinen drecksack hier aber oh mein gott jetzt müssen trocken bleiben wir müssen es ohne eine kleine king ist das geworden da war aber wacht die entscheidung sich nein das gibt es doch nicht ja pass auf nein muss getroffen und ich schon wieder diese blöden mücken ich habe gewonnen noch einer ok jetzt gewinnt wenn ich jetzt gewinne haben und unentschieden ja aber knapp ich habe gewonnen kämpfen wir kämpfen hier da kant natürlich aufpassen deswegen ich nehme absolut nicht passend dafür natürlich ein lila und sie ist meine weifel nächsten part gibt es die weifel wars aber den controller geschwungen es schwingt den controller jetzt nehme ich den echo kämpfer von dem mit dem ich 9,9 erreicht habe kein klassisch muss also peach ja keine ahnung wie er war das ente die schnappe ich mir rüber das ist der grundsicht über mich lustig macht man weiß dass ich immer mächtiger werde weil ich im pokémon hast du das gesehnte die ente mit einer aufladung erledigt ja das dinge sehen das ding gesehen mit dem nein nein lucario darf nicht sterben wo du bist ja immer noch weg raus wenn ich mich nie habe dich gefunden was die ente getötet ja kommt bei mir heute auf den tisch ich würde jetzt gerne eine ente essen wirst du jetzt auch gerne eine ente essen zu blöd aber du hast keine ente getötet also keine ente für dich watch this black hole ein mega laser was hätte eine frau zu schlagen ich liebe es verstecken dann ihre der frauenschläger ja das gibt jetzt der seitenstichelei auf twitter jetzt hier kipa was ha ha na 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 over na war Aus meiner heilzone meine vogel ich habe mich an der ente mit dem pfeil abgeschossen das ist nicht mehr hast du mich gerade getarnt ja ja warte das wurde mir auch gerade vorhagen sie in box kaputt gemacht stirbt doch mal vogel damals wieder kannte ich muss meine raste verteidigen und ich werde dich jetzt schön und dann kommst du auf meinen teller das ding irgendwie widerlich war sehr riskant schon wieder gefallen ich sterbe nicht warum nicht der taunt mich einfach ey was hast du nun davon das kommt meine level hier pass auf nein da war oh 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 gged alles sie und die anderen irgendwie direkt ausgeflogen aber aber egal verdammt das war es dann für diesen part ich habe ja durchgefallen ja beim nächsten mal gibt es wieder smash wenn ihr nach diesem part von smash gibt es nochmals mehr ja genau und somit waifus ja ja genau bis zum nächsten mal ciao